Heute Abend bei uns aus Berlin ist die Black Lane GmbH als Gewinner von zwei German Stevie Awards 2017. Der CEO und Mitbegründer, Herr Dr. Jens Wohltorf, gewinnt den Gold Stevie Award als Manager des Jahres für alle anderen Branchen. Außerdem gewinnt Black Lane einen Silber Stevie Award in der Kategorie Unternehmen des Jahres Automotive, Transportmittel und Transport. Bitte begrüßen Sie heute Abend bei uns ganz herzlich, um die Gold und Silber Stevie Awards entgegenzunehmen, Herrn Dr. Jens Wohltorf. Herzlichen Dank, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Vielen Dank an die Organisation, vielen Dank an die Jury, vielen Dank an die Moderation. Natürlich auch vielen Dank an unsere Kunden weltweit. Der Unternehmerpreis des Jahres ist natürlich nur möglich, wenn man ein großartiges Unternehmen hinter sich weiß. Ich habe nämlich eigentlich nur ein echtes Talent, das ist großartige Talente finden und sie hinter eine große Vision zu bringen und zu begeistern. Und das scheint mir gelungen zu sein. Und deshalb möchte ich auch diesen goldenen Stevie Award den 250 Black Lanern in Berlin und Singapur widmen und natürlich unseren Zehntausenden Fahrern weltweit, die die erste und letzte Meile einer Reise schließen. Und falls Sie uns noch nicht kennen und demnächst eine Reise planen und noch nicht wissen, wie Sie zum oder vom Flughafen kommen, dann laden Sie doch mal unsere App herunter. Vielen Dank. Vielen Dank.